Das Sonos Play One ist ein Wireless-Lautsprecher, welcher ganz ohne Airplay auskommt. Wie dieser funktioniert bzw. was er so alles drauf hat, das kläre ich in diesem Video. Also los geht's! Geliefert wird der Sonos Play One mit nicht wirklich viel. Und zwar befindet sich einmal das Netzkabel, das Ethernetkabel, ein paar Anleitungen und letztlich noch der Play One in der Verpackung. Benutzt man einen Play One mit WLAN ist das Netzkabel das einzigste, was man braucht, da es sonst keine weiteren Möglichkeiten gibt, die Box zum Beispiel über Klinke als PC-Anlage zu verwenden, denn neben dem Ethernet-Eingang auf der Rückseite findet man nur einen Schraubgewinde, um die Box zum Beispiel an der Wand zu befestigen. Das ist relativ blöd, da man dadurch echt etwas eingeschränkt wird, aber Sonos möchte das anscheinend so. Was das Design angeht, ist der Play One echt schlicht gehalten, was nicht zuletzt an den so gut für nicht vorhandenen Kabeln liegt. Die gewählten Materialien sehen und fühlen sich echt hochwertig an und lassen den Play One zusätzlich noch sehr elegant wirken. Selbst das Plastik auf der Ober- und Unterseite ist extrem gut verarbeitet und in Kombination mit dem fast ganz umschließenden Metallnetz passt das echt gut zusammen. Das Metallnetz, was fast den kompletten Lautsprecher umwandelt, lässt eventuell darauf schließen, dass man quasi ein 360 Grad Sounderlebnis bekommt, welchem aber nicht so ist. Die Lautsprecher beschallen lediglich die Vorderseite und lassen mit dem Sound, sobald man seitlich oder hinter dem Lautsprecher steht, nach. Auf der Oberseite des Lautsprechers befinden sich drei Tasten, und zwar eine lauter bzw. leiser Wippe und dann noch ein Start- und Stopp-Knopf. Zusätzlich gibt es noch eine Status-LED, welche bei der Konfiguration hilft bzw. auch anzeigt, dass der Play One an ist. Das ist er nämlich im Normalfall immer, denn man kann ihn einfach nicht ausschalten. Wo ich gerade schon die Konfiguration angesprochen habe, dies ist eigentlich sehr einfach, nur etwas langwierig und mit extrem vielen Tippen der Weiter-Taste verbunden. Ist man dann fertig, kann man außer der lokalen Bibliothek noch zusätzlich verschiedene Dienste wie Amazon Music, Google Play Music, Spotify und noch vielem mehr hinzufügen. Leider muss man nicht hier immer im Web Sonos dazu berechtigen, das ist aber das kleinste Problem. Neben der gut designten iOS-App gibt es auch noch eine, naja, nicht ganz so coole App für den PC. In der können wir dann so ziemlich dasselbe machen wie in der iOS-App. Was aber cool ist, solange der PC an ist, kann man selbst mit seinem Handy darauf zugreifen und den Inhalt von der iTunes-Bibliothek des PCs auch sein Play One streamen lassen. Leider geht das Streamen nur für das Sonos-eigene System und nicht einfach noch zusätzlich über AirPlay. Das finde ich etwas schade, da es dann einfach noch integrierter in das Apple-Ekosystem wäre. Man kommt aber auf jeden Fall auch so damit klar. Die eigentliche Idee von Sonos ist es, dass man sein gesamtes Haus Wireless durch die Play-Produkte beschallen lässt. Denn diese lassen sich untereinander verbinden und bilden dann so ein kleines eigenes Netzwerk. Auch wenn das Ganze etwas kostenspielig werden kann, ist es dennoch eine coole Idee. Aber wie ist jetzt eigentlich der Sound? Der ist extrem gut und kann vor allem auch extrem laut werden. In der kleinen Box befinden sich nämlich zwei digitale Verstärker, ein Hoch- und ein Mitteltöner, welche für den schon von Sonos beschriebenen satten und kristallklaren HiFi-Sound sorgen. Hierbei wird natürlich nicht darauf geachtet, dass der Sound besonders linear ist, sondern einfach immer gleich gut klingt, was der Play-One eigentlich auch immer schafft. Wenn man das Budget hat, kann man sich auch noch einen zweiten bzw. direkt das Doppelpaket kaufen und dann so ein Stereo-Paar erstellen. In diesem Video habt ihr jetzt die ganze Zeit nur die schwarze Version des Play-One gesehen. Alternativ gibt es noch eine weiße. Auf Amazon findet man die Sonos Play-One für 188 Euro, was jetzt nicht extrem billig ist, aber für jemand, der gerne gut und einfach Musik hören will, wird es keinesfalls eine schlechte Investition sein. Einen Link findet ihr natürlich in der Beschreibung. Das soll es nun mit diesem Video gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like bzw. Feedback in den Kommentaren freuen. Ich bin's Lukas und ciao!